Und möchte ich jetzt hier aus Schleidungen dann einfach mal zucken. Oder vorwärts. Die Dinger gehen mir eh noch. Nicht kaputt. Wah! Schocker! Hört jetzt mal auf! Nein! 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 Boah, ey. So, tot. Ich meine, die Geysere weit über denen Ringe sind. Ich bin meistens wieder versorgen, dass man weiterkommt. Meistens. Wow. Nein! Ja! Ja! Dinger sei natürlich immer schön. Diese Mission hat unter anderem schon mal so 10 Minuten gedauert bei mir. Und selbst dann habe ich nur 4 Sterne gekriegt. Ja! Ja! Ich wollte nicht zurück! Ja! 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 Ich bin vielleicht gar nicht sicher. Ich weiß nicht, welcher Isere soll ich noch abklappen. Genau. Nichts eher. Zum Feuerkreis, aber es hat dann rausgebracht. Ja, wir sind am Ziel. Und das war perfekt. Der Katalysiert in einem Kavaliersziel ist gestiegen. Neue Charakterstimme erlaubt. Ja, wenn wir jetzt so den ein oder anderen Level auf 5 Sterne schaffen, kriegen wir einen bestimmten Bonus freigespielt. Wie die dies unbedingt wollen. Pflicht. Ansonsten... Du schritte das Tor, erreiche rechtzeitig das Ziel. Das scheint ja noch relativ leicht zu sein. Aber dafür rüsste ich lieber ein bisschen um. Natürlich gehört dazu, dass ich eine Waffe fertigen will. Und es nicht kann. Ausrüstung, so. Das Pandate-Iron brauche ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Buch der Steine! Steine! Ja, genau. Buch der Steine. Buch der Steine. Buch der Steine. Buch der Steine. Halt, ich wollte noch ein Spiel wechseln. Ich gehe wieder auf den Ritterstil, weil der ist am höchsten gelevelt im Moment. Und dann kann ich auch später sehr gut Lancelot Cat zurück machen. Weil unterlevelt ist sehr einfach unmöglich. Gut. Diese blauen Dinger sind die Tore. Ja, natürlich sterbe ich hier, war klar. Und dann sage ich es ab, ich gehe, dass ich bin da, ich gehe, was ich da noch nie getroffen will. Wie geht's um zu? Ich gehe, was du weiter willst? Ich gehe, was du schon wieder. Ich gehe jetzt an. Ich werde ihm das Zeitpunkt mit ankommen. Obwohl dieser Weg hier jetzt eigentlich der Schlechtere ist. Nein, nein, nein. Nicht hinfallen, Sandra. Alles, nur nicht hinfallen. So. Komm schon, Sonic. Ich stehe natürlich alle im Weg. Verflucht. Mal. So, wir werden bei allem Scheiß vorbei flaschen. Naaah! Ich zeige von Kmet natürlich noch nicht. So. Das ist immer noch. So. 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 Ja, Sonic, warum läufst du nicht? Du bist viel sicherer als das Grinden, das du die ganze Zeit machst. So. Das wollte ich nicht. Nichts. Oh, klasse. Huch. Okay, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Und nochmal in einem vorbei rum. Warum? Weil es Spaß macht. So. Dann werde ich schon wieder, trotz allem, was ich mache, getroffen. Ja, komm. Ich sterbe gleich wieder. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Hm? Das gehört sich immer an dieser Stelle stehen. Soll ich einen Erinnern ziehen? Und dann durch.